Was jetzt interessant ist und wo ich jetzt gerne noch einmal darauf eingehen würde, ist, dass viele jetzt denken, Lucifer hat ein Interesse daran, uns in der Täuschung zu halten. Und du sagst noch ein bisschen jetzt, Lucifer lichtet die Täuschung oder bringt uns irgendwie auch einen Impuls zurückzugehen. Was hat denn er für ein Interesse? Kannst du da irgendwie darauf eingehen? Das ist schwierig, das ist schwierig. Also was Lucifer überhaupt ist, da bin ich auch noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Zu einem ist er Gottes schönster Engel. Er ist der schönste Engel und ist gestürzt für seine Eitelkeit. Und das ist schwierig. Er ist halt der Lichtbringer. Es gibt ja zum Beispiel auch in der griechischen Mythologie diese Figur des Prometheus, der den Menschen das Feuer bringt und dann dafür bestraft wird von Zeus. Das heißt, ich glaube, dieses Motiv, dass es ein göttliches oder göttlich vielleicht nicht, aber ein geistiges Wesen gibt, was die Verstandeskräfte und Kräfte des Menschen und das Erkenntnisvermögen des Menschen irgendwie befruchten oder wie so ein Funk entzünden und gleichzeitig aber dafür auch irgendwie einen Preis bezahlen muss, dass es den Menschen gibt. Also im gewissen Sinne ist es ein Helfer der Menschen. Aber auch der Herr der Materie, auch derjenige, der hier eigentlich das Gefängnis verwaltet. Also das ist immer so zweischneidig. Ich glaube, dass es da gar kein ganz klar Gut und Böse gibt. Es sind Gut und Böse Kategorien, die wir Menschen anwenden auf die Mächte, die uns begegnen. Ja, genau so könnte man ja sagen, ein Blitz. Ich hatte vorhin schon das Beispiel. Ein Blitz, der irgendwo im Wald einschlägt und das brennt. Vielleicht fing damit die Entdeckung des Feuers an, dass Menschen dann das erste Mal gesagt haben, oh, wir haben jetzt Feuer und das nehmen wir mit und behalten das. Ja, vielleicht erschlägt der Blitz aber auch jemanden. Es ist schwierig zu sagen, ist der Blitz gut, ist der Böse? Das ist halt der Blitz. Und Lucifer ist halt diese Wirkmacht. Tief in der Materie und gleichzeitig aber auch irgendwie Entzündungsfunken für den Erkenntnisprozess. Dann aber wieder weg von ihm. Ja, sehr komplex, sehr interessant auf jeden Fall, wenn man sich das so vorstellt, weil die Frage ist auch, was ist das Ergebnis von dem, was er tut? Und das Ergebnis kann ja wirklich sein, dass das Ergebnis das ist, was letztendlich gut ist für uns. Und was ist seine Methode? Und seine Methode ist vielleicht gefühlt von uns als schlecht empfunden oder böse empfunden. Aber wir haben ja auch so, ja, so viele Emotionen und gucken aus so einer kleinen Perspektive auf das Große und Ganze. Und letztendlich bin ich auch der Meinung, es muss ja einen Sinn haben, wenn Gott Lucifer runtergeschickt hat oder wenn er gefallen ist, dann nicht einfach so. Dann schon mit einem Grund, mit einer Aufgabe. Und es gibt ja auch, finde ich schön, in der Stelle die Bibel, wo Satan neben den Engeln ist bei Gott. Also wo schon alle versammelt sind und er auch da und letztendlich auch Gott unterstellt, also diesem Transzendenten Gott dann. Aber ja, da muss man sich wirklich Zeit nehmen und sich da reinfühlen. Also ich finde auf jeden Fall diese Herangehensweise interessant, die du jetzt gebracht hast. Die ist mir auch aus diesem Aspekt neu, weil ich mich mit den Freimauern, ich habe mich vor zehn Jahren oder so am Intensiven beschäftigt, habe ein paar Bücher gelesen, die auch ähnliche Sachen gesagt haben, wie du jetzt, das ist halt zehn Jahre her. Habe es dann beiseite gelegt. Aber kann das schon aus einer gewissen Perspektive verstehen? Es ist aber, das bedarf auf jeden Fall viel Offenheit und auch Ruhe, glaube ich, um da nachzudenken, sich da reinzufühlen. Was meint der und wie ist das mit dem abzugleichen, was ich hier schon kenne? Und es ist halt nicht alles konkret genau das Gleiche. Es sind andere Wörter, es wird anders beschrieben und so weiter. Genau und wie gesagt, esoterische Lehren sind verworren. Muss man auch anerkennen. Und widersprüchlich. Selbst die Freimaurerei hat ja verschiedene Lehr- und Spielarten. Da ist auch nicht alles eindeutig und die eine Freimaurerei. So, dann kommen noch die ganzen anderen Richtungen hinzu. Genau wie das Christentum. Theoretisch könnte man ja sagen, ja, wieso geht doch immer über die Bibel. Aber dann hol dir doch mal einen Katholiken und einen Zeugen Jehovas und ich weiß nicht was, was noch, orthodoxen, syrisch-orthodoxen. Und dann wirst du ja merken, wie unterschiedlich das dann doch ist und wie viel Spielraum das hat für Interpretationen. Ja, und dann kommen noch wir hinzu mit unserem Bewusstsein, dass wir zum Beispiel auch jetzt was ganz anderes denken als noch vor zehn Jahren und in ein paar Jahren wieder was ganz anderes denken, obwohl der Sachverhalt der Gleiche ist, der sich uns präsentiert. Oder das Buch das Gleiche ist oder die Lehre, dieses Ritual das Gleiche ist, aber in ein paar Jahren nimmst du es halt ganz anders auf. Deswegen, ich glaube, das ist auch wirklich, ja, ein Prozess einfach, an den wir uns hingeben können. Und nicht zu schnell zu urteilen, sondern zu differenzieren und ja, mehr selber zu denken. Und ja, ich finde, das ist einfach wichtig. Mhm, genau. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach diese Website anfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung. Ja, ich finde, das ist einfach wichtig.